Guten Tag, herzlich willkommen zum Ecolinguist-Kanal. Ich will auf der Schere im Kandidaten Söring nur Friese verstehen. Ich bin Moritz, ich komme von Lüste Pseul und nur Friese lernen. Nur Friese lernen ist ein Bericht, bedeutet Dienste Grenze, weil ich studiere Sprachwissenschaften und Dutzig fast lernen muss. Hi, ich bin Fanonel, ich komme aus Deutschland, genauer gesagt aus dem Allgäu. Ich spreche auch ein bisschen Allgäuerisch, aber ansonsten spreche ich natürlich Deutsch, Englisch und ein wenig Spanisch. Hi, ich bin Erik, ich komme aus Hamburg in Norddeutschland und ich spreche eigentlich nur Deutsch und Englisch und habe Friese noch nie gehört. Ich bin Simon Roper, ich habe alte Englisch studiert und ich bin ein native Englisch-Speaker. Ich spreche auch ein bisschen Deutsch, aber ich verstehe es nicht sehr gut, wenn es schnell gesprochen wird. Wir sehen, wie das geht. Norddeutschland ist ein West-Germanisch-Language, das in Norddeutschland mit rund 10.000 Sprachwissenschaften gesprochen hat. Und ich bin kein native Englisch-Speaker, ich bin ein zweites Englisch-Speaker. Ich habe das in der Kindergarten und in der Hochschule gelernt. Und wie wir das heute spielen, ist, dass ich ein paar Worte vorbereitet habe. Und ich werde das in Frisien erklären Ihnen, und Sie müssen wissen, was diese Worte sein könnten. Great, und jetzt können wir mit der ersten Worte beginnen. Die jäst urcht, es in Wälder. Hat passere, wann es nie in Rien auf Wulken jeft. Hat es eck möchelg, wann es Nacht ist. Der Himmel, es da blö in Licht. Die jäst urcht, es in Wälder. Hat passere, wann es nie in Rien auf Wulken jeft. Hat es eck möchelg, wann es Nacht ist. Der Himmel, es da blö in Licht. Ich dachte, es ist der Regenbogen. Ja, ich dachte auch Regenbogen, weil er irgendwie meinte, dass das nicht nachts möglich ist, glaube ich, habe ich verstanden. Und es muss regnen, aber der Himmel ist blau, und ja, so kam ich irgendwie auf Regenbogen. Ich habe gesagt, der Son. Ich fühle mich, die anderen zwei sind wahrscheinlich right, jetzt, dass ich was sie sagen kann. Aber ich habe gesagt, der Son, weil ich gehört, dass der Himmel blö in Licht ist. Und ich habe etwas über Regen gehört, also dachte ich, dass es vielleicht nicht da sein kann, wenn es regnet oder so. Und ja, das war meine Meinung. Okay, the Frisian word I was looking after is zenskien, which translates to sunshine in English and zonschein in German. So, you were all really close, so you all got that it is a weather phenomenon, and that it can't happen during the night, and if there are clouds or rain. And yeah, so I think maybe Simon is the closest, but I think you all got very close. Okay, the second word. I'm ready. Ja, ich auch. Okay, yeah, Eric, why don't you start? Okay, ich glaube, es ist ein Tannenbaum oder ein Weihnachtsbaum. Ich habe, glaube, verstanden, dass du meintest, das ist ein Baum, der das ganze Jahr über grün ist, also ein Nadelbaum. Und ich meine auch verstanden zu haben, dass man den kauft, irgendwie im Winter oder vor dem Winter und da irgendwie Weihnachten feiert oder so. Ich glaube, das Wort Jül oder sowas kam vor, wo ich dachte, dass es in manchen Sprachen Weihnachten ist. Jül fest, Jül tight. Simon? Ich habe das. Ich habe das gleiche als Eric. Ich habe, dass es ein Baum ist, das ist grün all der Jahre. Aber ich habe nicht Carlton spät, aber ich habe, dass es im Winter in Wetter haben. People haben es mit dem Zul finden, dass es während der Jahreszeit etwas anderes kostet. Ja, ich habe auch nur den ganzjährig grünen Baum, jetzt wo ich natürlich die Erklärung von Eric und Simon gehört habe, ja, Jule, dass das eher mit Weihnachten wohl was zu tun haben muss, dann wäre es auch der Tannenbaum, ja. Ansonsten war es bei mir nur ein immer grüner Baum. Jule Moon, Jule Moon ist der Frigian word für December, um, which literally translates to Christmas Moon, um, the Frigian months are still, basically, what happens in this month plus moon, so we have a harvest moon, we have an ice moon, we have a winter moon. Um, yeah, and Christmas Moon is Jule Moon, so this is December. It's funny, because I understood Juli Moon, which didn't make any sense except for maybe the band. I like languages that still have, like, seasons that are tied to the year, rather than just being random Roman or Latin-derived words. Was bedeutet Schlagbaum? Ah, um, it's a kind of tree, um, uh, I think it's in, 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 in northern German dialects, uh, I think it's more prevalent, maybe also in low German, it's also a very Scandinavian thing, uh, in, in Danish, uh, it's lay, eh, null, um, is a kind of something. Im Deutschen kann man ja auch sagen vom selben Schlag sein oder sowas. Des selben Art von, ja. Thank you. Okay, um, ready for the, uh, the third word? Mmh. Yeah. Okay. De triest urt es en diercht. Det diercht leve vor all belenkant. Hat es wied, grä, hohen gülbäck en kenflö. Hat stählt oft IED von Touristen. Could you repeat the last clue, if that's alright? Hat stählt oft IED von Touristen. Okay. I think I'm ready. Ja. Okay, Simon, why don't you start? So, I heard that it's whitened gray with a gold or yellow beak. I think probably yellow beak. That it steals and eats things from tourists, or it steals food from tourists. I think the first sentence meant that it was an animal, and at some point you said that it can fly. So, I thought it was a seagull. Okay, and Fernando? Genau, also eigentlich habe ich dasselbe rausgehört. Es wird irgendwie in der Luft, kann fliegen, weiß-grau und stiehlt Essen von Touristen. Da war es relativ eindeutig die Möwe. And Eric? Ja, ich habe nicht ganz so viel verstanden beim letzten Satz, nur dass irgendwie Touristen vorkamen. Das mit dem Essen stehlen habe ich nicht verstanden, aber das ist ein weiß-graues, fliegendes Tier ist. Und so bin ich dann irgendwie auf Taube gekommen. Okay, yeah, um, the word was indeed a seagull, or Mö in Frisian, or Sölvermö, which would be Silbermöwe in German. Um, more specific kind of word. Specific form of that. Okay, and the final word is... You can repeat them, if that's all right. The first place is a deal from Nurfriesk Lönsgeb. You can see it, Techtbeer Seefinje. It is a barisch from Söln. Often wuchs a halm and here there up. Does everybody have a guess? I have. Ja, ich glaube euch auch. Okay, um, so, why don't you star Fernando? Ähm, also, ich bin mir mega unsicher. Was ich verstanden hatte, ist, dass es ein Tier ist, oder etwas ist, das es nur auf den frisischen Inseln gibt. Äh, an der See. Und dann habe ich noch, äh, verstanden, es hatte ein Bart oder ähnliches. Äh, und dass man es oft in Hallen oder, das war zusammengereimt in, in dem Kontext aus allen Worten, die ich davor aufgenommen hatte schon, äh, Tiergärten vielleicht gibt. Äh, und dann bin ich auf ein Wal oder, die haben ja auch Barteln, äh, Barteln, äh, oder eine Walrossart gekommen. Irgendeine Art Meeresäuger im weitesten Sinn. Okay, ähm, Eric? Can you continue? Ähm, mhm, also, ich habe das Wort Deal nicht verstanden, aber im ersten Satz kam, glaube ich, nordfriesische Landschaft vor. Dann habe ich noch irgendwie, meine ich noch gehört zu haben, ein Berg aus Sand und dass Sachen darauf, ähm, wachsen. Und daraus habe ich jetzt mal Düne geschlossen. Okay, and Simon? Um, I struggle with this one a lot more, because I think you said it was a, well, you said a word like Dahl or Dähl, which could be related to German Teil, as in like a, like a bit of the land, a bit of the North Frisian landscape or something like that. Or it could also be related to the English word Dahl, like valley, or it could be a completely different word. And I'm not sure if there are many valleys in the North Frisian landscape. I feel like that bit of Europe's fairly flat, but I could be wrong. Um, and I also heard, um, a word that sounded like Zee, so lake. So I thought a lake and a valley, but I didn't understand much of it. Um, so I, yeah, that was my guess, but I don't expect it to be right. Yeah, I, I think I was a bit mean to you, uh, Simon, because I chose the word Dähl. In, uh, North Frisian, there are mostly, um, a lot of, uh, different words for one meaning, and, uh, they all, uh, are basically cognates to different languages. So a different way to say, um, Dähl in North Frisian would be Pacht. Um, of course, closer to English. Yeah, okay. Yeah, so, uh, the word was Dune, so, uh, Eric got it exactly right. Um, the Frisian word would be Dünn, just, uh, written like the German one, but with an M added. Um, uh, you, you were right, uh, it's a part of the North Frisian landscape. Um, we do have some valleys, um, but those are mostly in the Dune landscape, so maybe about 40 meters high or deep or so. So, our mountains are not that, uh, that, uh, impressive compared to other regions. Ours aren't either. In England. Yes. Cool. So, we did it, uh, we reached the end of the challenge, and what do you guys think? Moritz, maybe you go first. They did a lot better than I thought. Well, I think it, uh, you completely lose, um, a feeling for how difficult a language is to, uh, understand if you speak both languages. So, it was really difficult to me to, um, to find the word. And I also think I, um, catered a little bit more to the German speaker, um, with my word choice, because there are a lot of words that you can either choose, um, uh, words that's closer to, uh, modern German or high German. Um, or you can choose one that is more the Old Frisian way, more the Scandinavian, more the Dutch. Um, there are different possibilities, um, to, uh, to speak. So, um, yeah. But I think, I think they did really, really well. What about you, Fernando? Was it easy for you? Easier than Old English? Um, yeah, I think a bit, of course, it's, it's closer to regular German than Old English, I guess. Uh, but, uh, the last word, for example, still, if you, if you, uh, pick up, uh, a false friend, or, um, uh, uh, you think you have a hint, but, uh, you don't. So, I thought it's an animal, for example, and I completely got it wrong, therefore. And Eric? Yeah, I think it was definitely way easier to understand than Old English, for me. And I also might have had a little bit of an advantage coming from Northern Germany, while I don't, like I said, I never heard Frisian before, but I heard Low German or Plattdeutsch before. And, I mean, it's not the same language, but it's kind of similar in some regards. And, yeah, maybe that's helped me a little bit. Mm-hmm, 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 and Simon, what about you? I thought it was very interesting, I think, because, um, with, like, Dutch and German, at least I have some idea of what the sound correspondences are with English, whereas with North Frisian, I really didn't, didn't have much idea what they would be. So, I was worried about false friends and things like that, but I think it was, definitely, I couldn't understand anything if it was spoken at a normal speaking pace. But when it was spoken slowly, I did get words here and there. It was very interesting. Thank you for compiling the sentences, Moritz. Yes, thank you so much. Cheers. Cheers.